Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update Video hier auf meinem YouTube Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe euch allen geht's gut. Ihr seid alle gut in den Tag gestartet. Früh morgens um halb sieben hoffe ich natürlich, dass ihr alle sehr gut gelaunt seid. Ansonsten, wir traden momentan bei ungefähr 45.350 US-Dollar circa. Wir hatten heute Nacht einen kleineren Abverkauf, war aber im Endeffekt vorhersehbar. Ich habe ja gestern schon gesagt bzw. vorgestern auch schon ein Video angedeutet, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass wir zumindest nochmal kurzfristig in den Bereich von 43.000, 44.000 US-Dollar gehen könnten. In Anführungszeichen. Ansonsten, was wir jetzt noch erwarten können, besprechen wir jetzt in dem Video. Lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und ich würde sagen, wir starten sofort durch. Wie gesagt, momentan 45.300 US-Dollar circa. Der Abverkauf ging bis circa 44.400 US-Dollar. Meine Orders waren ganz ehrlich ein bisschen tiefer. Also ich habe sie hier unten in diesem Bereich beim Monats-Pivot ein bisschen drüber gelegt, weil ich einfach gehofft habe, okay, wir gehen zumindest in Richtung des Monats-Pivots. Jetzt nicht genau vielleicht auf dem Monats-Pivot immer ein bisschen höher die Orders legen, aber trotzdem so richtig durch ist es, ehrlich gesagt, meines Erachtens noch nicht. Ihr seht hier, wir haben hier so eine Art Symmetrical Triangle, wo wir auch noch einerseits diesen Abtrend hatten, den wir jetzt nach unten hin durchbrochen haben. Wir wurden zwar rasch wieder aufgekauft, aber so richtig Volumen jetzt auch mit der Folge 4-Stunden-Kendle ist da noch nicht wirklich reingekommen. Das heißt, das Sentiment ist immer noch so, dass wir immer nochmal nach unten fallen könnten. Heißt für mich, Retest hier des möglichen Symmetrical Triangles und dann ein erneuter Versuch bzw. Retest im Bereich des Monats-Pivots hier unten. Hier unten befindet sich jetzt mittlerweile auch der 200er SMA. Wir haben da unten noch diese Demand-Zone plus unseren gelben Support-Trend, sage ich mal hier in Anführungszeichen, plus der 200er SMA auf dem 4-Stunden-Chart kommt hier auch immer näher. Das heißt, wir kommen hier immer, immer mehr in diese Confluence hinein, wo einfach die ganzen Supports sich mittlerweile dann überschneiden. Ich weiß, es ist ein bisschen auffällig. Trotzdem, ich habe mir meine Orders hier in diesem Bereich gelegt und dann halt noch ein bisschen weiter hier unten verteilt, einfach um mal zu schauen, okay, wie tief gehen wir wirklich. Ansonsten, der Bereich um 43.000 US-Dollar ist einfach noch nicht raus. Also ich möchte es auch nicht abschreiben. 44K ist so dieser Bereich oder 43.8, wo wir den Bounce kurz vorm Monats-Pivots sehen könnten. Ansonsten, der Bereich 43.000 ist einfach noch nicht raus. Gestern wurde ich teilweise dafür belächelt, wir gehen nicht mehr in Richtung 43, 44K. Ja, jetzt waren wir halt heute Nacht kurzzeitig da. Aber trotzdem, ob es das schon war, wage ich irgendwie noch ein bisschen zu bezweifeln. Also so richtig extrem bullisch bin ich hier noch nicht, was das anbelangt. Erst, wenn wir hier nochmal ein bisschen tiefer kommen. Ansonsten, Bitcoin-Konferenz ist ja heute, beziehungsweise startet heute vom 6. bis 9. in Miami. Vielleicht kommt da noch irgendwelche News, dass wir erstmal kurz nach unten droppen und dann hier wirklich mit bullischen News nach oben hin ausbrechen. Diese Art Bull-Flag ist ja auch noch übergeordnet hier drin. Das sind diese zwei gelben Linien hier. So eine richtig nice Bull-Flag ist es nicht, aber trotzdem, man kann es ja mal einzeichnen, beziehungsweise dieser Trend hier ist intakt. Schauen wir einfach mal, was uns erwartet. Ansonsten, RSI kühlt weiterhin ab. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Wir können nochmal ganz kurz auf den Daily-Chart gucken, ob es da noch irgendwas Neues gibt. Auch hier RSI mittlerweile ein bisschen tiefer. Also wir sind hier im 56er-Bereich. Heißt, wir konsolidieren hier ein bisschen. Die EMA-Ribbons liegen trotzdem noch hier unten in diesem Bereich beim Monats-Prival. Also der letzte Ribbon hier unten zumindest im Bereich der 43K. Also auch die Ribbons haben noch Luft in dem Bereich von 43K. Wäre nochmal eine 5% Korrektur circa. Ausschließen kann man es nicht, auch auf dem Daily-Chart nicht. Deswegen einfach abwarten. Volumen hat in den letzten Tagen deutlich abgenommen. Nachdem wir diesen Pump gesehen haben, nimmt das Volumen hier weiterhin ab. Deutet auch darauf hin, entweder ein kürzerer Abverkauf oder wir kriegen unseren Pump nach oben. Gut, soviel dazu. Würde ich sagen, schauen wir uns ganz kurz Ethereum an. Nachdem wir hier auch einen kleineren Abverkauf gesehen haben, jetzt in den letzten Stunden. Zoom nochmal ein bisschen rein. Wir haben ein höheres hochgebildet. Im RSI haben wir ein tieferes Tief gebildet. Somit haben wir erstmal eine Hidden Bullish Divergence. Wird interessant, ob die jetzt dann ausspielt. Ob sich hier ein bisschen wieder ein Gegentrend im Gegensatz zu Bitcoin hält. Also hier fehlt uns natürlich auch erstmal ein Volumen. Der RSI ist hier deutlich niedriger. Wir sehen hier bullischere Anzeichen. Ethereum hat sowieso in letzter Zeit besser performt als Bitcoin. Aber gut, müssen wir schauen. Ich warte schon noch auf die Kommentare, dass hier jemand sagt, hier ist ein Bart Simpson Pattern oder hier ist die ganze Simpson Familie. Warte ich noch drauf. Also wer es zuerst unten in die Kommentare schreibt, kriegt einen Keks von mir. Ne, Spaß. Also wir haben diesen Pump hier auf jeden Fall aufgefüllt. Gutes Zeichen. Wir haben die EMA Rubens zwar nach unten hin verlassen. Aber gut, wir haben hier so lange um dieses 0,5er Fibonacci Retracement Level rumgebounced. Wir sind nicht nachhaltig drüber gekommen. Deswegen war es halt irgendwann absolut, dass wir auch hier nochmal einen Schritt zurückgehen. Wobei ich auch hier gerechnet habe, erstmal so vielleicht in den Bereich um 3200 US-Dollar. Aber gut, es ist noch nicht raus. Sobald Bitcoin nochmal einen kleineren Move nach unten hin macht, kann es natürlich noch passieren. Was dann als nächstes wahrscheinlich kommt in den nächsten Tagen, ist dann hier irgendwie so ein Head-and-Shoulders-Chart-Pattern. Was natürlich auch möglich ist. Und dann, dass wir einfach nach oben hin ausbrechen, um die ganzen Leute bearish zu stimmen. Aber gut, ist natürlich noch ein bisschen zu früh. Weiterhin, sage ich mal hier, dieser Bereich um 3200 US-Dollar, für mich persönlich interessant. Einfach, um dieses Tief nochmal ein bisschen abzugreifen, beziehungsweise nochmal als Support zu bestätigen. Andererseits hätten wir da natürlich ein kleineres Lower Low. Aber gut, wird sich zeigen. Momentan bilden wir einfach höhere Hochs, höhere Tiefs. Also das heißt, der Trend ist weiterhin intakt. Volumen, absolut krasses Abverkaufsvolumen. Aber gut, müssen wir jetzt mal abwarten, ob jetzt hier genug Kaufvolumen reinkommt. Und ansonsten auch Ethereum 3200 oder hier der Bereich um 3100, 200er EMA Monats-Pivot. Also hier kommt auch eine Menge, Menge Support hier unten rein. Heißt, ich kann mir auch hier weiterhin vorstellen, dass wir hier nochmal in diesen Bereich hier unten reingehen und dann hier wirklich einen neuen Breakout-Versuch nach oben hin starten. Gut, schauen wir uns Cardano an. Cardano verhält sich eigentlich genauso, wie wir es gestern angesprochen haben. Wir traden hier einfach weiterhin in dieser Range. Auch hier höhere Hochs, höhere Tiefs. Erst einmal ein gutes Zeichen. Aber übergeordnet gilt diese Range. Die haben wir bisher auch nicht verlassen. Also die lassen wir jetzt erstmal so drin. Ob die jetzt in den nächsten Tagen weiterhin so funktioniert, werden wir sehen. Ansonsten, RSI hat abgekühlt. Volumen nimmt weiterhin ab. Also man sieht es auch hier unten, vor allem im 4-Stunden-Chart. Wirklich krasser Downtrend, was das Volumen anbelangt. Aber es ist halt auch gut, nachdem wir so einen krassen Pump hatten, einfach zu konsolidieren, seitwärts zu laufen. Gefällt mir das ganz gut erstmal. Dann, was schauen wir uns denn noch an? Was können wir uns noch angucken? Litecoin haben wir uns ewig nicht mehr angeguckt. Schauen wir mal hier. 120 US-Dollar momentan. Der Trend wurde nochmal getestet. Wir hatten keinen 4-Stunden-Close da drunter. Also momentan sieht es erstmal noch gut aus. Auch hier habe ich noch einen Swing-Trade offen, sage ich mal, schon seit längerem. FIP-Level können wir auf jeden Fall mal im Auge behalten. Wir sind momentan hier ums 0,382. 0,5er würde auch hier interessanter klingen. Ihr seht es hier, 200er SMA. RSI ist relativ weit unten. Also die Chance, dass wir hier auf jeden Fall nochmal in Richtung des 200er SMA, also diese 115 US-Dollar sehen, ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Hier ist auch nochmal eine Demandzone. Wenn wir jetzt noch ein bisschen warten hier mit dem 200er SMA, vielleicht sind wir dann bei 117 US-Dollar. Also ihr seht, da kommen wir langsam wieder so unserem 200er SMA näher, wo ich dann auch nochmal meine Position auf jeden Fall nochmal vergrößern würde. Vom RSI würde es passen. Jetzt müssen wir einfach abwarten, wie das hier weitergeht. Was halt noch interessant ist, sage ich mal, wir haben eine Bullish Divergence auf dem 4-Stunden-Chart. Ihr seht es hier, wir haben ein höheres Hoch im RSI, tieferes Tief im Chart. Heißt, wir haben erstmal eine Bullish Divergence. Würde ich aber jetzt noch nicht darauf wetten, dass die jetzt sofort ausspielt, weil wir bei Bitcoin noch nicht wirklich die Zeichen drin haben, dass es jetzt wirklich der Boden ist. Gut, dann noch zuletzt FTM. Trend gebrochen, 4 Stunden E-Mail-Ribbons nach unten hindurchbrochen. Krasser Abverkauf in Richtung 200er SMA. Hm, wer hätte es gedacht. Ich muss mir hier wirklich mal anfangen, Orders reinzulegen, weil irgendwie funktioniert das nicht. Ich verpasse das, zu 50% verpasse ich diese Trades hier immer. Auf jeden Fall 200er SMA, ehemalige Supportzone nochmal getestet. Volumen ist hier aber keins wirklich reingekommen, also kein wirkliches Kaufvolumen. Trotzdem 200er SMA vielleicht nochmal mit einem Retest, kann man da vielleicht nochmal reingehen. Ansonsten jetzt wäre es mir ehrlich gesagt zu riskanter, jetzt noch reinzuspringen. Niemals entfallende Messer greifen, beziehungsweise wenn da 200er SMA schon davongerannt ist, würde ich aufgrund des Risikos da nicht reingehen. Und dann schauen wir uns auch Luna an. Ja, Luna macht was es will, pumpt hier einfach weiter ein neues All-Time-High und jetzt ganz kurz in die 4 Stunden E-Mail-Ripple zu sofort wieder nach oben hin aufgekauft. Was willst du da noch sagen? Und wirklich jetzt aber ganz zum Schluss, Ripple, Trend gebrochen, wo wir gestern noch angesprochen haben. Momentan traden wir um den Trend. Der Monatspivot momentan als Widerstand anerkannt. 200er SMA auch hier. Aber Ripple momentan für mich kein Kaufwert, bin ich ganz ehrlich. Also da tut sich viel zu wenig. Die SEC-News sind eingepreist. Jeder wird wahrscheinlich denken, dass die gewinnen. Aber gut, Monatspivot, 200er SMA, 200er E-Mail, eigentlich heftige Support-Zonen, die einfach komplett durchgerannt wurden, sage ich mal. Wird jetzt interessant, ob wir das wieder als Support bestätigen können. Ansonsten einfach mal im Auge behalten. Wenn nicht, halte ich euch in der Telegram-Gruppe auf den Laufenden. Kommen wir noch ganz kurz zu den News. Oklahoma, das Paradies für Krypto-Miner. Yay, auf nach Oklahoma und auswandern. Nicht Spaß. Wen das Thema interessiert, Krypto-Mining, lest euch den Artikel durch. Vielleicht ist Oklahoma etwas für euch. Ansonsten wünsche ich euch natürlich einen schönen Start in den Tag. Einen guten, entspannten Tag. Hoffe euch allen geht's gut. Ihr werdet nicht krank. Oh Gott, was labere ich hier für einen Mist. Ansonsten, wir hören uns auf jeden Fall morgen wieder. Lasst dem Video ein Like da, abonniert den Kanal. Ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Morgen Abend, 19 Uhr Livestream. Kann ich schon mal ankündigen. Ist ja nichts Neues im Endeffekt. Wir hören uns auf jeden Fall morgen wieder. Und wie immer, stay Krypto. Ciao, ciao.